Die Meier, das Wasser. Hab ich das gar nicht gesagt, Digga? Meine Mutter hat mich bekommen, als ich 18 war. Moin, Leute. Hallo. Ihr seid ja schon da. Ihr seid ja schon da. Huch. Wie geht's, wie steht's. Ich, also für mich gibt's, also Milch kann man nicht zu jedem Getränk trinken. Äh, ne, ja, Moin. Nicht zu jedem Essen essen. Sprachen lernen, Babbel. Ah, schon gar diesen hier. Zig, zig. Ja, geil. Hä? Hä? Das macht einfach, Digga, was du da redest, das macht leider keinen Sinn. Huch. Ach, mein Tobi, ich reiz dich doch mal zusammen, Alter. Das warst du, du Eis, Reis. Das warst du, das hat doch jeder gehört. Tobi hat mir gerade ins Ohr geflüstert, dass ich gleich nochmal pupsen will. Oh, da war noch ein Leid, hast du gehört? Mein Junge, was soll das? Das warst du. Das hat jeder gehört, du wirst... Rosen sind rot, ich habe Patronen im Lauf. Oh, nein, da ist wieder der Stinkelkirchen drauf. So, ich bin auch ein Typ, ich raste nicht direkt aus. Ich raste nicht direkt aus. Hey! Hey! Ich raste nicht hier mit einem Punkt... Hey! Hey! Fresh! Wer bei mir donatet, um vorgelesen werden zu möchten... Äh, um vorgelesen werden zu möchten... Sprachen lernen. Buh-Buh. Ich chill gerne zu Hause, Digga, vor meinem PC, zocke eine Runde, Digga, und chill mein Leben. Und ich möchte eigentlich so wenig wie möglich machen. So wenig wie möglich mich bewegen. Und es kann auch mal vorkommen, dass ein Tag bei mir so anstrengend ist, dass ich Mittagsschlafen mache. Moin, moin. Salam aleikum, meine Freunde. Das ist der Plan. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist mir viel... Also, es ist nicht zu viel Make-up. Sondern auf die Make-up. Ist eine Schicht Make-up. Dann noch eine Schicht Make-up. Und dann ein bisschen Wimperntusche. Das ist einfach... Tut mir leid. Und Vertrauen ist ein sehr starkes Wort, Digga. Ein Wort mit sehr viel Bedeutung. Ich glaube, die meisten von euch haben schon Situationen erlebt, wo Leute, denen sie vertraut haben, dafür hättet ihr Hand ins Feuer gelegt. Ihr hättet auf denen alles geschworen, weil ihr gedacht habt, dem vertraue ich. Und trotzdem hat man Messer in den Rücken bekommen. Vertrauen ist ein starkes Wort. Und eine Person zu finden, der man zu 100% vertrauen kann, ist... Monte ist seit 15 Metern 25 Sekunden schwer am Schiften. Seit 15 Minuten? Was für Meter? Monte ist seit 15 Minuten 25 Sekunden schwer am Schiften. Wahrscheinlich Meter, Digga. M. Normales M ist doch die Abkürzung für Meter. Und M wie M. Weißt du, wofür M die normale Abkürzung ist? Für Meter. Für Maul halten. Ach, schön dann. Gut. Besser ist es. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein. Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein! Ich mach das nicht. Zwei Geschichten, die ich euch erzählen will. Die erste ist... Die erste hab ich vergessen, Digga. So, den wolltet ihr unbedingt hören, ne? Krasser Song, Digga. Feier euch. Nice. Digga, so eine dämliche Scheiße hab ich schon wieder lange nicht mehr gehört, Digga. Erst Müsli oder erst Milch? Erst Müsli, dann Milch. Ganz klare Sache. Wer isst Milch, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist auch nicht... Also da denk ich halt auch gar nicht drüber nach. Es gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta, Digga. Ich hab gerade daran gedacht, an den Vergleich. Und dann Milch. MC Robins mit dem Zweier Moin Moin, der wie findest du persönlich gesehen den Green Lake? Den Green Lake finde ich ziemlich fresh. Wisst ihr, was er anwählt? Den wählt er an. Ist er ein Fofi? Ja. Oh, sag mal. Ei, 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 Kylo. So ein... Ganz lecker. Rosen sind rot, Drogen sind nicht notwendig. Selbstständig bedeutet selbst und ständig. Wo steht deine PS4? Meine PS4 ist in der Playstation verbaut, Digga. So, das war's mit der Compilation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr bei einem Abo und einem Like von euch freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.